Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Group7 ist ein internationales Logistikunternehmen und gibt es jetzt 13 Jahre am Markt. Group7 beschäftigt sich ganz klar mit zwei Sparten. Einmal im Bereich der Beschaffungslogistik, klar klassisch Seefracht, Luftfracht, Bahn, Lkw, Sierra und auf der zweiten Seite mit dem Bereich der Kontraktlogistik. Wir bedienen die Bereiche B2B und B2C. Wir haben in Deutschland neun Speditionsstandorte, fünf Logistikstandorte. Weltweit sind wir am 195 Partner angebunden, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und bedienen die komplette Lieferkette von Produktion über das Logistikcenter bis in der letzten Meile. Das heißt den Handel, die Produktion und auch den Endverbraucher. Group7 ist ein inhabergeführtes Unternehmen und wir sind sehr innovativ. Innovativ bedeutet auch für unsere Partner nicht nur Wege zu finden, sondern auch Lösungen aufzuzeigen und Lösungen einfach auch dann so weit vorzubereiten, dass man sie in logistischen Prozessen, so wie im Transport, wie im Logistikbereich im Währhaus darstellen kann. Das ist Group7. 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 Group7.